In diesem Jahr registrierten Landwirte, Schaf- und Dammwildhalter etwa doppelt so viele Wolfsattacken auf Nutztiere als im Vorjahr. Der bisherige Rekord von 205 verletzten und getöteten Tieren stickt bis zu diesem November bereits auf rund 400. Unter den gerissenen Nutztieren befinden sich vor allem Schafe, Dammwild und einige Kälber. Die häufigsten Angriffe wurden in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommerngreiswald sowie dem Altkreis Nordvorpommern verzeichnet. Diesen Anstieg erklärte Umweltminister Till Backhaus mit der flächendeckend gewachsenen Population im Land. Präventive Maßnahmen wie Elektroschutzzäune können laut Umweltministerium das Risiko von Raubtierattacken senken. Schafzüchter und Bauern fordern dagegen eine Bestandsobergrenze.